Die Spielidee an sich hat mich fasziniert. Einerseits, dass das Ganze ohne Schiedsrichter abläuft, andererseits macht mir ungemein viel Spaß mit Jugendlichen zu arbeiten. So an sich, Fußball verbindet einfach und von daher war es sehr leicht, mich dafür zu gewinnen. Es war sehr spannend, dass man sich vorher noch Gedanken macht über die offenen Regeln, die festgelegt werden. Die Kinder haben das sehr, sehr gut gemacht, haben sehr kreative Ideen. Fußball verbindet einfach sehr viele Leute von jung bis alt. Da muss man auf einen Nenner kommen, sich verständigen. Das ist einfach ein Integrationsmittel, das sehr, sehr gut ist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Jungs und Mädels zu kicken. Let's have fun playing Football 3.